Hallo meine Süßen, heute gibt es das erste Wallery Around mit meiner wunderbaren Schwester Nathalie. Hey y'all! Hallo! Und zwar geht es heute nach Köln. Wir werden uns heute die Wimpern laminieren lassen, bzw. ich werde mir die Wimpern laminieren lassen. Und Nathalie wird sich heute die Augenbrauen mit Bio-Henna verschönern lassen. Und ja, hinter uns gerade die Bahn. Die schon mal nach Köln fährt. Wir mögen keine S-Bahn fahren, deswegen warten wir jetzt auf unsere Regionalbahn. Und ich würde sagen, bis gleich. Bis gleich! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.